In der Schweiz werden ausgediente elektronische Geräte an über 6000 Stellen zurückgenommen, weil jede Verkaufsstelle verpflichtet ist, sämtliche Geräte zurückzunehmen. Dies ermöglicht sehr hohe Rücklaufquoten von bis zu 95%. Dies führt jedoch zu einer sehr aufwendigen Logistik und wird durch die Mehrsprachigkeit sowie Topografie noch kostenintensiver. Da die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, hat sie eigenständige Gesetze und Regelungen. Diese Vorschriften sind in der Schweiz deutlich strenger und werden intensiver kontrolliert. Doch noch bevor der Gesetzgeber aktiv wurde, haben die Importeure und Hersteller reagiert. Bereits 1994 hat der ICT-Verband SWICO für die Industrie ein gemeinsames Rücknahmesystem aufgebaut. SWICO Recycling sorgt für die Entsorgung aller elektronischen Geräte aus Büro und Informatik, Kommunikation, Unterhaltungselektronik sowie Mess- und Medizinaltechnik. Dank einem einzigen nationalen Rücknahmesystem, dem die große Mehrheit der Hersteller und Importeure angeschlossen ist, ist die Logistik sehr effizient. Als Hersteller oder Importeur schlagen Sie die vorgezogene Recyclinggebühr auf den Verkaufspreis, den Sie Ihren Abnehmern in Rechnung stellen. Die Höhe der Gebühr ist je nach Produkt und Kategorie unterschiedlich und spiegelt den heutigen Recyclingaufwand wider. Zweimal jährlich deklarieren Sie die Geräte, die Sie Ihren Abnehmern verkauft haben und leiten die von den Konsumenten bezahlten Recyclinggebühren an SWICO weiter. Sammeln, Transportieren und Entsorgen sowie Controlling und Compliance – all dies erledigt dann SWICO Recycling für Sie. Auch für Geräte, die vor dem Beitritt zum System verkauft wurden. Wer sich SWICO nicht anschließt, muss ein eigenes Rücknahmekonzept aufbauen und gegenüber den Bundesbehörden aufzeigen können, dass sein System alle Vorgaben erfüllt und die eigene Logistik bis zu 6000 Rücknahmepunkte abdeckt. Ihre Vorteile bei SWICO Recycling? Sie haben keine Eintrittskosten ins System und kein Vorausinvestment. Zusatzkosten für Historic Waste entfallen. Ihre Liquidität wird nicht belastet. Sie haben keine Entsorgungsrisiken, sprich volle Compliance ohne Eigenaufwand. Sie profitieren von der hohen Reputation des Systems. Direktanfragen und Kontrollen staatlicher Stellen werden von uns bearbeitet. Und Sie haben dieselben Konditionen wie alle anderen Hersteller und Importeure. Dank dem umfassenden System von SWICO Recycling können Sie sich voll und ganz auf den Verkauf konzentrieren. Machen Sie heute den ersten Schritt www.swicorecycling.ch slash jetzt